Wir haben hier das Telekom Speedphone 700, ein neues Sturlus-Telefon der Telekom, welches am Speedport W723V oder am Speedport 921V betrieben werden kann. Dieses neue Gerät als Sturlus-Telefon funktioniert über den DECK2-Standard und kann viele Funktionen, so zum Beispiel natürlich telefonieren. Die Sprachbox ist integriert, das heißt ein Anrufbeantworter, ein Adressbuch, eine Anrufliste, sogar ein Internetbrowser. Wie wäre es zum Beispiel hier mit einer Wetter-App, um nach dem Wetter zu schauen vom Sofa aus, oder auch der Telekom-Programmmanager, mit dem können Sie Ihren Telekom-Media-Receiver dann bequem vom Sofa aus programmieren, ohne diesen anzuschalten. Zu haben ist das Speedphone 700 als Endgeräte-Service-Paket zum günstigen Mietpreis. Das heißt, wenn später einmal ein neues Nachfolgemodell herauskommt, was mehr kann und Sie umsteigen möchten, können Sie das Gerät einfach zurückschicken und sich für ein neues Endgeräte-Service-Paket mit dem neuen Gerät entscheiden. Dies ist also das Speedphone 700 mit HD-Voice-Telefonie, die auch Ende des Jahres im Telekomnetz eingeführt wird, also mit brillanter Sprachqualität im Festnetz. 2. 1. 2. 2.